Samuel hat, ja wir sind ja auf Samuel gekommen, es werden wir überhaupt immer mal wieder gefragt, wie kommt er zu diesen Kindern, also wie kommt er, wie manche Kinder kommt, wissen wir, aber in diesem Fall ist es für uns eben eine andere Beziehung, und Samuel haben wir empfohlen bekommen von Andrés Claviria, von Anna, ja, wir haben uns das verraten, und die hat uns verraten, dass du nicht nur für den Weg gehst, sondern dass du auch den Gesangsunterricht an der Frankfurt Europa gehst. Und vorhin hast du ganz kurz erwähnt, das finde ich aber auch ganz furchtbar, dass er nicht auftreten soll und die wollen die Haare dafür abschneiden. Nein, das geht gar nicht. Ich habe aber leider zugestellt. Und wenn du dann Gesangsunterricht hast, kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht auch den Dienstag hier zurückziehst. Welche Art, ja, welche Art wollen wir sein? Also ist das eine Oper, ne? Also, Opa, dann, wir lernen jetzt gerade über Oper in Musical, also Mathilda, ja, also Phantom of the Opera, habe ich auch, also habe ich gedungen, also ich liebe Musicals, Cat, Phantom of the Opera, das ist eine, West Side Story auch, meine Musicals. Okay, das heißt, also, ich muss natürlich noch mal einladen, zuziehen. Ja, dann muss man noch mal was über den Berufswunsch von Frau Samuels sagen, also sein Berufswunsch ist, Pianist oder Opernsänger oder Schauspieler zu werden. Aber wenn er dann doch mal Geld verdienen müsste, würde er den Brücken ja auch ein absoluter Wächter sein. Okay, danke. Applaus Okay, danke. 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 Amen. 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 Vielen Dank. Amen. 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 Applaus